Ja, hatte ich jetzt schon beim ersten Mal schon gemacht ein paar. Das werde ich dann so im Privaten machen, weil das ist ja nur aufklatschen. Das mache ich dann lieber im Privaten, Thomas. Den hat die Mama zu heiß gebadet und das nicht nur einmal. Wie macht die Mama drin? Oh ja, da. Wie macht die Mama drin? Du glaubst wirklich, dass du es in den Soldieren kannst, wie du jetzt bist? Entschuldigung, Herr. Du hast nicht die wichtigste Sache, um zu sein, als Mitglied zu sein. Du hast besser gedacht. Was ist passiert? Du bist nicht ein Begründer, bist du in der 3. Klasse? Ich bin Zack, zum Beispiel. Ja? Ja, ich bin ein Soldier im letzten Monat. Aber es ist so, dass ich nichts richtig machen kann. Ich sehe, dass ich nur in der anderen Seite komme. Das ist deshalb, dass er mich einfach schreit. Hey, jetzt. Du bist Soldier. Keine Ahnung. Aber er sagte, dass ich mich rauskriege, wenn ich die nächste Mission verabschiede. Ich denke, dass ich einfach nicht was es braucht. Oh, komm mal. Du hast es so weit gemacht, richtig? Ich weiß, aber... Du bist so wischig. Ich sage dir was, ich gehe auf deine nächste Mission für dich. Was? Du hast das gemacht? Juste es ruhig. Schau dir was ich da draußen und lernen von es, okay? Ja, ich versuche. Ich stelle mir gerade vor, wie er dann zuguckt, wie Zack auf Toilette geht und da ein Ei rausdrückt. Genau so musst du es machen. Ach, Quatsch. Wir erzählen es keinem. Wir haben alle sich zugeguckt. Wir hatten alle die Klappe. Wir haben alle die Gäste in den Städten. muss ich schon vorbei schon aber kurz bei Missionen reingucken was wir dazu bekommen haben das haben wir jetzt hier stören wie viel haben wir schon blitz tp wurst will makoni siehste thomas mal eine kurze frage siehst du das fällt mir gerade ein kann ich noch mehrere slots bekommen für materia oder sind das so diese einzigen vier slots die ich da habe um fähigkeiten zu nutzen so und jetzt leuchtet das da jetzt noch wo reingehen habe ich da gewusst übersehen hier ist doch nichts und dann hier ist die zeichnung wie immer nur in eine richtung der hat doch auch schon getrutscht wird es vielleicht genau das hier sein den anhänger halten 15 auf wildskraft die mp geht runter wieder minus 5 wenn ich den austausche wenn ich den hier austausche da minus 30 runter jau ja den fahrstuhl fahren mit dem fahrfahrenden fahrstuhl fahren oh hey zack so the war is over that it is i'm sure you heard i ruled no i didn't hear the company reports don't mention you at all on tv they only talk about sephiroth's bravery but sephiroth was in b unit well our heroes are chosen by the media dreams crushed die bahrermut material ja in den folgenden gegenstand in dein besitz gebracht hast wird den dbw ein bild von bahamut hinzugefügt missionsbelohnung für m814 rückkampf gegen bahamut stimmen alle drei bilder der dbw überein klimit rauschtechnik mega flair ja odin ach so scheiße äh tschuldigung äh äh okay ich glaube ich muss dann nochmal äh ein bisschen auf die bauchspeck wegbank die habe ich doch hier gar nicht drinnen das heißt ich muss die hier machen damit ich dann okay wenn ich morgen die zeit finde werde ich mal glaube ich ein bisschen schnitzeln gehen ausstellungsraum na klar warum nicht mal gucken wir schauen uns mal Schindra von innen an wie es damals war hm Kinder gibt es auch toll luftschiff high wind kommt mir bekannt vor wau wie ein fantastisches Schiff ich bin überrascht dass Schindra etwas wie das fliegen kann durch die skies das ist keine Kuchschürze hey ma'am ich will mit ihnen reden boah herum ist hier hm mein du hast ein verdammtes Hohlkreuz weißt du das das ist der Kapitän Sid Highwind das ist das Flugzeug der 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 Flugzeug ein Lamborghini zum drunter legen und von ohne gucken langweilig äh ach wie süß das erste TÜV TÜV PINRA RAKETE ok ja cool die Pläne der Weltherrschaft nein Midgar die die Daytona äh Daytona mhm ok why not aber guck mal er hat noch schon wieder diesen Sid dabei ne dieser immer prägnante Name Hardy Daytonas so cool right when I grow up I'm gonna get one and tear it up on the highway aha das wird ein krimineller Kopf abschlagen er hat jetzt schon solche Gedanken wie der Gornisch hier doch ein Stück weiter nach rechts oh hello there if I remember correctly your soldier operative zack second class I'm sorry but for an office romance I've decided it has to be a shinra executive or better what what ich mit dir irgendwas anfangen will good day sir welcome to the shinra building information center please come see me anytime you have questions concerning the shinra seht er schon als sexuellen bless you Zack Fair of soldier let me just check your schedule quickly you have a meeting scheduled with director Lazard in the directors office Die Schindler ist eine Fakilität sicherlich. Anwesen zu allen Bereichen ist kontrolliert durch Anwesen. Anwesen der Soldiers haben Zugang, durch den 2. Elevator, zur Exhibit Room und der Soldiers. Ihr solltet, dass die Exhibit Room und die Entrennung sind offen für den Publikum während der Arbeit. Anwesen der Gebäude führt dich direkt nach Sektor VIII. Ihr könnt es erforderlich finden, nach Sektor VIII, während du auf dem Stand... Es gibt eine Stattung in Sektor I, wo es eine Stattung in Sektor V gibt. Wenn du verloren bist, geh zum Informationszentrum, Herr. Die Frauen im Informationszentrum können dir helfen, mit allem, was du wissen willst, Herr. Jetzt machen wir ein Speziales an Potionen. Die Generalen-Publikum muss noch einen Preis bezahlen. Aber wie geht es dir, Herr? Würde du einen? Ja, natürlich möchte ich sowas probieren. Das ist doch kein Pfläschchen! Hä? Jetzt, wir fahren uns als Generalen-Publikum. Wie geht es dir, Herr? Das kann ich jederzeit nehmen? Gucken wir noch einen. Hä? W-Hä-Hä-Hä-Hä-Hä. Hinterhaltsfit geht nicht. Hä. Wir raus können wir definitiv noch nicht Guck mal, Spielzeug Der wollte sowas schon mal haben, Modellbauer, yeaaah Jetzt hat er ein Jobangebot bekommen oder wie? Der Nachrichten ist man immer schlauer, genauso wozu der Sportunterricht eigentlich dient Ich glaube, es gibt etwas in dieser Schnauze Das ist klar, es muss sein Es ist die Schnauze der Schnauze der Schnauze Die Technologie in der Schnauze Wow, das ist die Schnauze der Schnauze Okay Also da kommen wir nicht höher Den da auch nicht rein Und da auch nicht hoch Okay Thank you Witcher Thank you for your support So, hier, Soldatenetage Das ist da, wo wir, glaube ich, gerade hergekommen sind, ne? Ja Das heißt, wir müssen ins Büro jetzt Büro des Soldatleiters Congratulations As of this moment, you're promoted to soldier first class Huh I thought I'd be happier Understandable Too much happened too fast Zack I'm afraid I need your assistance again Are you pushing another assignment on me? My apologies Whatever I fill you in, Zack But before that Go to the briefing room And change into a first class uniform Kann ich dann auch Leder? Und wir sehen viel gut So glücklich hat sich das jetzt auch nicht verändert Zack kann sich jetzt mit 6 Materie ausrüsten Uh Jetzt, da Zack zu einem Rang 1 Soldaten befördert wurde Erhält ihr nach jedem Kampf eine Bewertung Na, super Je nach Kampfergebnis können TP, MP und FP regeneriert werden Denke beim Kämpfen also an deine Bewertungen Interessiert mich nicht Kein Schaden, besiege alle Gegner ohne Schaden zu erleiden Ach, ernsthaft? Perfektes blocken, blocke alle Angriffe und gewinne den Kampf Limitsieg, besiege den Gegner mit einer Limitrausch-Technik Aha Äh, nein, der ist nebenan Äh, nein, der ist nebenan In the Flash Als Soldier in der ersten Klasse Du bist jetzt verpflichtet, um Materia-Fusion zu benutzen Woah, also was mache ich? Erst öffne das Hauptmenü Öffne das Hauptmenü Du solltest jetzt werden, um Materia-Fusion zu selektieren Jetzt, probiere diese beiden Materia Das sollte dir ... ... ... ... If you have any questions Just let me know Er ist doch einfach nur ein Soldat Das wäre jetzt nicht gerade Hm Du kannst zwei Materie zu einem neuen Materia fusionieren Dieser Vorgang nennt man Materia-Fusion ... 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